Tch. Tch. Okay, lancer gelbe. So, auf Peter der Peter, ey. Boah, es lag jetzt mal wieder eine Runde. Ja, aber so lange es hier nur bei so einem Easygegnern ist. Das ist auch das, was mich am meisten vom Hardcore-Spielen abgeht. Ja. Kommst du rein und es lag jetzt. Gelb ist jetzt schon? Ja. Da hat gerade einer einfach nicht so ein normalen Viechchen getroppt. Tch. 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 Ah ja. Das ist gut. Boah, er lag ja immer noch. Tschüüüüi. Er ist so könig Die sind clean Ah, er ist über Check rein Ah Mann Es sind so viele Shit Das ist ein Minions in der Hauharde. Scheiß Brunnen. Kann man nicht mal richtig weglaufen. Scheiß Laser. Mann. Mann, ich hab grad nichts zum heilen. Oh, bin auch grad durch den Laser gelaufen. Oh, helltrank. Er spawnt direkt ein Laser vor meine Füße. Toll. Aha. Statt zu lange im Brunnen. Das ist klasse hier. Oh ja. Und weg. Das ist scheiße hier. Steckt er da jetzt fest? Oh ja, teleportier dich erstmal runter. Jetzt kommt der Füße. Los, komm her. Hey. Geht so tot. Einen Gelbes. Noch ein Gelbes. Ehhh. Sens, ja. Ich auch noch. Besser als nix. Yup. Und nen Buff. Ja. Schnell lesen. Kommt der gut her. Der war ein Glück. Ich bin noch dazwischen. Naja, einen so'n Minion noch. Die können Laser machen. Ja. Das hier auch immer ätzend. Ist auch immer 1000 Gegner hier. Ja. Hau doch ab hier, meine Güte. Ich habe nicht genug Spiele. Ich habe nicht alle her. Oh, immer mehr. Ja. Wir kommen aber auch gerade einmal mehr. Hier. Oh, der wird auch runter. Ja. 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 Oh, was ist denn hier? Fast drauf gegangen. Scheiße. Ist denn hier so ein König oder so? Ja. So. Mein Gott. Dort rechnet man ja nicht, ne? Nee. Ich dachte hier nur Standard. Oh, wie der Teleporter, ey. Oh, wie der hat so ein scheiß Gift, Alter. So ein Mord, Alter. Au, au. Nichts Gelbes. Oh, nur wie der Dämonikus entsenkt. Frechheit. Scheiße, wieder im Leder. Ja. Den falle ich jetzt mal. Den falle ich mal. Oh, was Gelbes. Nichts. Noch was Gelbes. Ich hab das Eins gefunden. Haha. Bis der Eins, ja. Uh. Das ist bestimmt gleich wieder das Goldene. Ja. Der Bass rums doch schon wieder, ey. Ist der Wahnsinnig. Na diesmal so selber das Spiel. Ist ja krass. Boah. Boah. Füh. Boah. Ja. What? Deine Säule macht so einen Krach. Ja. Sehr bum. Jaaa. Au. Ah, es geht. Es geht doch. Das ist ein scheiß Schwert. Na, noch weißt du nicht, ob das scheiße ist. Naja. Es ist scheiße. Oh, oh, oh. Oh, toll. Jetzt können wir jetzt rücklaufen, oder was? Wird auch. Ja. Da sind kleine Viecher, die gehen. Hau doch mal ab. Ja. Oh. Boah, was sind das hier? Oh, scheiß Nightmare. Boah. In der Wand war ich fest zu fangen, ey. Was ist das denn? Oh. Ich glaube, das war gerade ein Umweg. Hm. Ah, ich hab nur mehr. Und Spam. Wie soll ich denn nicht laufen? Mit Stechhelm schon wieder. Hm, hm. Stöhnen! Alla. Ja, ich bin jetzt noch mal. Oh, ich bin jetzt noch mal. Nein, ich bin jetzt hier noch mal. Oh, ich bin jetzt hier. Oh, ich bin jetzt hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die haben Molten. Und schnell sind sie auch nicht. Aber sie sind eingespielt. Und Vampire. Blocks ihn mal ein bisschen. Ah okay. Dann gehen wir hier weiter. Die sind fast tot. Das war's für heute. Das war's für heute. Keine Ahnung. Vierfach Buff schon ey. Das war das Tag der gelben Sachen. Nee der Gold. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Lass uns rein. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nein Nichts Ein Flawless Ja, gut, soll ich auch Oh man, ey Aua Oh 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 Das Feuerbälle von da hinten My wounds are closed My wounds are closed Schön Schön gestunt Äh Was sind die Netze, oder? Nein Auf Stufe 2 halten die doch schon ein bisschen mehr aus, ne? Naja Wir können ja mal Stufe 10 machen Höhöhö 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 Vor allem dann ein König oder so, ein Champion Keine Chance Ja Und dann extra helfe Die kriegt man ja nie tot 640.000 Wow Da unten sind alle Englaues Achja, wenn wir noch mehr sind Aua Aua Schön, dass ich hier unten stehe Schön, dass ich hier unten stehe Das ist aber ein Game Da sind sie hier oben alle Ja, ich hab hier unten nur einen kleinen Kram Das freut mich für dich Ja, schön Boah, Decks hier Ich komme Ja, zieh mich in den Brunnen rein Was für ein Anschläger, Alter Ah Nochmal den Brunnen Bitte Alter, mich nicht hier unten Nee Vor allem schon wieder extra hell Ja Ja Oder immer noch Das war ja auch der gleiche Fall Oh, nur wieder ein dämonisches Sense, ey Eigentlich lösen Ist das nicht so üblich? Nein Ja Kann man etwas runter Wenn man so klappt Wie sind die Champions? Ja, wieder Vortex Ja, wieder Vortex Und Laserbeam Ah, und Gift Pool Oh Mann Das ist ja jetzt nicht hier Schön, gleich in den Laser Oh, 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 verdammt Nein, ich will nicht sterben So, verdammt Bis dahin Ist das nicht so Das ist ja Ich bin tatsächlich Pferde Das ist ja jetzt Wie ist es? Ich werde, Minster Ich muss nicht genug Spitz Alter, erklemm dir dein Vortex doch so hin. Alles grün und Lasers auf der anderen Seite. Mann, kann ja nichts machen. Ich hab meine beiden Musik. Ah, so, dann mach einer weg. Ja, richtig. Ja, mhm. Scheiß, wo ordentlich ist. Ich hab mein Glück. Ah, stirb endlich. Will ich's wiederbeleben. Boah, der Laufdorne ist aber weit weg. Boah, jetzt aber vier gelbe Sachen diesmal. Boah, dann haben wir das schön viele dann. Hallo, mein Name. Hallo, mein Name. Boah. Boah. Ansonsten. Boah. Oh. Okay. Oh. Okay. Okay. Lack! Jetzt gibt's weiter! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, fängt ja schon wieder super an jetzt Boah, scheiß Minions eh Ah, scheiß noch weg Oh, scheiß noch weg Ich habe die scheiß Ficha wieder zu überleben. Yeah, drei Geld. Ja, drei Geld. Ja, drei Geld. Ja, drei Geld. Ah. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Ah, und schon gelb? Muss ich reparieren? Ich nicht. Ah, was muss ich auf einmal? Ja, diese komischen Keyworden da. Ah! Pss! Au! Alter, das macht gar keine Schnauer. Hm. Die Viech haben wir ja wohl. Ja. So, was ist jetzt die erstens Keyworden? Keine Ahnung. Abgehauen. Ah, hier irgendwo. Ach. 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 Ach... Ach. 3 gelbe, Kanki, 3 gelbe und 5 blaue, zähle ich gar nicht die blauen, haha, es war nur nix weißes dabei, darauf wollte ich ihn lassen, da ist auch wieder ein könig dabei natürlich mit sentry und und teleport alter obwohl nicht schon genug ist nein der teleportiert sich dann noch direkt an mir und ausseher auch noch alles gute beisein will noch nicht sterben da ist ein sentry da ist ein Akan sentry so quatsch, 2 gelbe mhm oh, schon wieder über 30% ja, über 50% ich würd sagen, Goom machen wir noch und danach können wir was anderes machen Goom? ja, na das ist hier nach, wenn wir dann gleich da in das Dings reingehen aber das schaffen wir bestimmt nicht, weil der mit seiner scheiß Giftwolke immer rumneft so der Hoshi, das wird auch die Gift ja das geht ja gar nicht wahrscheinlich ne, wahrscheinlich nicht, nicht auf dieser Schwierigkeitsstärke ja, wir müssen ja jetzt wieder drücken, ne achja ich mach, wenn wir entfernen kämpfe jetzt Okay. Was? Mal reparieren. 25.000. Und identifiziert. Ja, fast voll hier. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Oh, wie ist auch noch Rotz? Ach, ey. Wenn echt nur Crap findet, ey. Ein Plan noch beim Schmied beibringen? Das war kein Plan. Doch, einfach mal. Oh, this recipe is already known. Kannst du haben. Liegt da vorm Schmied. Ja, auf den Helm. Oh, ich kenn das auch schon. Langweilig. Was hab ich hier gerade gekriegt? Ich weiß nicht, was es war. Weapon? Ja, Weapon. Scheiß Weapon. Ich verkaufe mal. Oh, ich geh schon mal nach. Für 223. Ja, aber das ist immer noch erträglich. Es war nervig, aber es gibt schlimmere Sachen. Oh, das ist so eng hier. Ich mag dich nicht. Na. Oh. Oh. Ja. Oh, so viel Eis. Oh, wie kommt denn da noch mal her? Oh, Nightmare auch noch. Oh. 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 Endlich! Das schaut nett aus als sonst. Ja. Diese komische Lara. Oh, der ist schön riesig. Ja. Weiter. Wir sind ja los. So ein Ferncamper hier hast du. Der sterbe ich. Ich hab schon versucht die mit Fallen weg zu machen. Das wär super verwinkelt. Oh ja, noch mehr. Ja. 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 Aua Tollabang Jetzt bin ich auch nicht überladen. Nein. Mal hier oben gucken. Gerade hab ich geguckt, oder? Das war's ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich weiß, wie ich erwähnt hier. Skinny Boah, die fassen wir sonst hier nicht sehen Typisch Diablo Aber die Gegner sind in Ordnung Bis jetzt, ja Erwerbogen Ich hätte mal nichts gegen eine neue Waffe hinzuwenden Wo ich mit meiner eigentlich zufrieden bin Aber besser ist immer gut Besser ist immer besser, ne? Und die haben die Tür zugemauert Oh Oh Oh, ein Eis Hm Er ist eine echte Tür, ich weiß es gerade Aber das ist ja Oh Was ist denn gut? Ah, scheiß Eis, ey Na Hätte ich gleich wieder gelebt Aber so bist du wahrscheinlich schneller Oh Oh, toll Warte, ey Hm Drei Leser auf den Haufen hier, oder was? Na Eine Die Warte, ey Drei Drei Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, hier Mistviecher. Oh, hier Mistviecher. Oh, hier Mistviecher. Ich bin ganz nett. Ich bin ganz nett Oh, oh, oh! Mann, ich mach die Ecke hier nicht. Mann, gehen die Fallen rein hier. Haha, dann geschubst. Oh, ich bin kalt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020